Hallo, hier ist Coton von StempElfe. Ich möchte euch heute eine Wasserfallkarte zeigen. Also wenn ich hier unten dran ziehe, dann fichern sich die Motive so auf. Gebastelt habe ich mit dem Stempel ZFANTASTFISH und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Wir brauchen dafür einiges an Material. Ich habe mir eine Grundkarte zugeschnitten in Aventurin mit dem Maßen 10,5 x 29,5 und gefilte es bei 14,75. Dann habe ich mir ein Stück Designerpapier zugeschnitten. Das ist das Designerpapier Meereswelt. Das hat ein Maß von 10 x 14,35. Alle maße setze ich euch auch in die Infobox. dann habe ich hier ein stück in hummelgelb 24,5 x 5 cm und noch ein kleines stück hummelgelb zwei x 10 cm dann habe ich vier stückchen in aventurin mit dem maßen 4,5 x 4,5 und vier stückchen in flüsterweiß mit maß 4,1 x 4,1 wir fangen jetzt mit diesem streifen hummelgelb an den müssen wir uns einmal falzen und zwar lege ich den an der langen seite an und falls immer bei fünf zentimetern dann bei sieben zentimeter und bei neun und bei elf zentimeter so ich falls mir jetzt einmal alle verziehen dann aber nach und an der anderen seite die nicht gefilzt ist da stanze ich jetzt mit einer anhängerstanze ihr könnt jetzt diese nehmen ich empfehle jetzt nicht der name ein ich blende euch das unten mal ein oder die gewählte anhängerstanze nehmen dann lege ich den einfach hier ein und stanze es einmal durch so dann stempeln wir uns einmal die vier weißen gerade in flüsterweiß und mit dem stempelset fantastisch und da habe ich mir vier motive ausgesucht einmal diese qualle dann die schildkröte das seepferdchen und die koralle genau so fangen wir mal mit der schildkröte an die stempel ich mir in aventurin und da gucke ich einfach dass es noch drauf passt auf den karton so das seesternchen stempel ich in hummelgelb dann und dann diese koralle in calypso und zum schluss noch die qualle und zum schluss noch die Da habe ich mir Rauchblau ausgesucht. Da lege ich mir eben was drunter. Ich glaube, die passt nicht ganz drauf. So, dann kleben wir die Motive schon auf den Farbkarton in der Winterin auf. Und das mache ich mit Tombow. Ich schiebe es mal rüber, dann sieht man das gar nicht. So, der letzte. So, dann machen wir unseren Abschnitt in Hummelgelb. Und hier unten können wir jetzt schon das erste Motiv aufkleben. Ich belege mal, in welche Reihen ich die haben möchte. Ich habe mir das jetzt so überlegt. Fange jetzt mit dem ersten an und klebe mir das auf die unterste Fläche. So, jetzt kommt der Tombow schon mal weg. Jetzt brauche ich Abreißklebeband. Und jetzt mache ich die letzten drei Quadrate, mache ich mir immer nur ein bisschen Abreißklebeband drauf. Und zwar, ich nehme dafür meine Milikonmatte, drehe mir die Motive einmal um. So, da ist oben, klebe ich mir auch hier oben das Klebeband drauf. Und klebe das nur ganz oben auf die oberste. Kurz hinter der Falzlinie klebe ich mir das auf. Versuche hier bündig zu bleiben. Das mache ich jetzt hier auch schon mal eben. Und hier oben. Klicken auch das wieder kurz vor der Falz an. Und dann noch das letzte Motiv. So sieht das schon mal aus. So, dann brauchen wir jetzt unseren kleinen Abschnitt. Da machen wir uns rechts und links ein kleines Stück Abreißklebeband drauf. Und auch hinten auf dem Stück Papier ganz unten hin. Und hier ist das letzte Motiv. Auf der Rückseite ganz unten. So, dann nehme ich mir die Grundkarte. Dann kleben wir da schon mal das Designpapier auf. Das ist halt auch süß, ne? Ja, ich nehme jetzt die. So, dann kommt dieser Streifen. Etwa hier hin. So ungefähr. Und wenn ein bisschen Klebe drüber steht, dann einfach nach innen einstülpen. So. Gucken ob es gerade ist. Jetzt kann man hier, jetzt ist hier noch Platz. Und da kommt, da ziehen wir einfach unsere kleine Tasche durch. Und dann könnte ich schon mal sehen, wie das nicht aussieht. Jetzt ziehe ich hier das Klebeband ab und klebe das hier mittig drauf. Und dann drücken. Dann ziehe ich das hier durch. Und jetzt kann ich das hoch und runter ziehen. Und schon ist die Wasserfallkarte fast fertig. Es fehlt noch der Spruch. So, und ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte den Spruch gerne hier unten hinsetzen. Wenn man das also rauszieht, dass man dann den Spruch sieht. Und das kann ich einfach machen, wenn ich das wieder rausziehe. Dann muss das hier drauf sein, der Spruch. Und ich möchte jetzt den Spruch nehmen mit Liebe und mehr. Den möchte ich in Aventurin stempeln. Ich nehme die Stempelmatte. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Ja, das ist dann gut geworden. Jetzt ziehe ich das hier wieder rein. So, jetzt sieht die Karte so aus. Ich ziehe hier einmal dran. Da kommt der Spruch. Ich hoffe, euch gefällt die Karte. Und dann bis zum nächsten Mal.